Und werden halt die Standards auch eingehalten, wenn du mal nicht da bist, darum geht es ja auch irgendwo. Das ist auch, was du meintest, mit diesen Qualitätsgedanken, die beste Firma in der Region zu sein, nicht nur die größere, sondern auch die beste Firma. Herzlich willkommen hier beim A&M Fachfirmpodcast. Mein Name ist Alex und der Marvin ist natürlich auch wieder dabei. Hi. Jo, und wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, was natürlich viele irgendwie sich vornehmen, was dann aber oftmals im Alltagsgeschäft gar nicht mehr so verfolgt wird, nämlich das Thema, wie überhole ich eigentlich meine Konkurrenz? Was heißt überholen eigentlich? Und ja, wie kann ich mich generell einfach abheben von dem, was so im Markt normal abgeht, sei es als Arbeitgeber, sei es aber auch als natürlich Unternehmen, was Kunden gewinnt? Ja, Marvin, stell doch mal deine Gedanken dazu. Ja, also wenn ich höre Konkurrenz überholen, dann muss man sich ja erstmal die Frage stellen, was heißt das eigentlich? Oder beziehungsweise warum eigentlich? Warum muss ich jetzt unbedingt die Konkurrenz überholen? Ich meine, wir sind kein Sportverein oder wir sind in keinem Wettkampf oder so. So in dem Sinne, es geht jetzt nicht darum, irgendeine Medaille zu gewinnen oder so. Was bedeutet eigentlich, warum will ich eigentlich die Konkurrenz überholen? Letzten Endes will ich ja eigentlich als Betrieb, dass ich gute Zahlen schreibe. Ja, ich will, dass es meinen Mitarbeitern gut geht. Ich will, dass es mir gut geht, dass es den Familien von meinen Mitarbeitern gut geht. Ich will, dass meine Kunden happy sind. Und ich will immer, ja, ich will auch nicht so viel Stress haben als Chef. Und das sind so eigentlich ja die Punkte. Und wenn man dann spricht über das Thema Konkurrenz überholen, dann redet man ja eigentlich darüber, Dinge besser zu machen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir Leute, dass wir jetzt unbedingt Leute abwerben wollen irgendwo oder dass wir jetzt unbedingt mehr Umsatz machen wollen. Aber im Endeffekt geht es ja darum, wenn ich meine Konkurrenz überholen will, dass ich es eben besser schaffe oder besser mache als die Konkurrenz. Dass ich bessere Qualität abliefere, dass ich mehr Kunden für mich gewinne, dass ich mehr Umsatz schreibe, dass ich auch die Fachkräfte für mich gewinne, dass die nicht zur Konkurrenz gehen. Und das bedeutet ja eigentlich alles, die Konkurrenz überholen. Und dann muss man sich eben überlegen, welche Punkte, in welchen Punkten will ich jetzt eigentlich das machen und wie schaffe ich das? Man sollte sich vielleicht auch mal fragen, warum soll ich überhaupt die Konkurrenz überholen? Ja, genau. Das ist mein Vorteil davon. Ja, genau. Das sind ja auch viele Punkte, die da reinspielen. Also klar, man kann halt sagen, ich verdiene einfach mehr Geld. Ich habe einen größeren Hebel in meinem Leben. Das ist natürlich auch immer ein schöner Punkt. Aber vor allem auch, wie du schon gesagt hast, ich bin halt auch für die Mitarbeiter damit attraktiver, weil die Mitarbeiter wollen, also man will immer gerne im Siegerteam mitspielen. Ja. Die Mitarbeiter wollen das. Und ich wette, wenn du wirklich mal in deine Regionen guckst und schaust, wer ist das führende Unternehmen in der Region, die haben wahrscheinlich keine Mitarbeiterprobleme. Nur die ganzen Unternehmen dahinter haben welche. Also wenn es darum geht, die Mitarbeiterproblematik zu lösen, ist die Konkurrenz zu überholen auch ein spannender Punkt. Natürlich hat er es dann auch entsprechend einfach in einer Spitze steht, weil er auch an neue Leute rankommt, problemlos etc. Das sind alles Dinge, die einfach einen Hebel erzeugen. Und deswegen sollte man sich schon mal Gedanken machen, ob man das halt möchte selber. Weil nicht jeder möchte das. Es gibt auch viele, die sagen, ja, es passt ja eigentlich für meine Größe, ich will auch gar nicht mehr machen. Ich will gar nicht größer werden. Da muss man auch übrigens gar nicht um die Konkurrenz zu überholen, es kann ja auch andere Faktoren geben, Vergleichsfaktoren. Aber das ist einfach mal so ein paar Hintergedanken noch. Ja genau. Also letzten Endes ist es halt so, das konnte die Konkurrenz überholen, das sind verschiedene Disziplinen. Das ist einmal der Umsatz, das ist einmal die Mitarbeiter gewinnen und natürlich auch solche Aspekte wie, ja, auf der einen Seite kann natürlich der Konkurrent, der kann die Mitarbeiter gewinnen ohne Ende, der kann auch Kunden schreiben ohne Ende. Aber wenn er selber im Betrieb noch so stark ausgelastet ist, dass er selber immer der Feuerwehrmann ist und an jeder Ecke gebraucht wird und bei jeder Frage eingreifen muss usw., dann ist das ja auch nicht so erstrebenswert, sage ich mal. Und auch in diesen Aspekten kann man die Konkurrenz überholen. Wenn ich es eben schaffe, zum Beispiel, dass ich eben weniger in meinem Betrieb der Feuerwehrmann bin, der die ganze Zeit löschen muss, wenn ich das schaffe, dann kann ich ja auch die Konkurrenz überholen. Ja, in diesem Aspekt. Das heißt, eigentlich reden wir über verschiedene Disziplinen und ja, wenn man jetzt ganz konkret darüber spricht, wie man das Ganze schafft, die Konkurrenz zu überholen, dann ist das meiner Meinung nach erstmal, wie bekannt bin ich generell, dann wie viele Kunden gewinne ich, wie viele Mitarbeiter gewinne ich für mich oder kann ich Mitarbeiter für mich gewinnen im Vergleich zu anderen, bin ich da wettbewerbsfähig und wie strukturiert ist eigentlich mein Betrieb. Und wenn man jetzt darüber spricht, wie man das Ganze anstellt, dann geht das natürlich in erster Linie über, meiner Meinung nach, über Werbung, ja. Dann über eine sehr gute Qualität natürlich. Und das können wir nicht so gut, also nicht so gut beeinflussen können wir das natürlich, aber wir können das nicht so gut punktuell steuern. Das ist ein längerer Prozess. Ja, also gerade Weiterempfehlungen und Qualität, das ist natürlich etwas, was sich über lange Zeit auch dann rumspricht, ist klar. Aber wenn ich jetzt sage, ich will jetzt schnell Gas geben, ich will jetzt meine Konkurrenz überholen, dann muss ich natürlich Maßnahmen ergreifen, die ein bisschen schneller wirken. Und das ist in der Regel eben Überwerbung. Und beim Thema Mitarbeitergewinnung ist das genauso das Thema Werbung, weil auch da muss ich natürlich rausgehen in der Region und bekannter werden und eben auch meinen Betrieb zeigen und sagen, okay, warum bin ich eigentlich der bessere Arbeitgeber vielleicht oder warum ist es bei mir cooler zu arbeiten. Da musst du dann eben versuchen, dich da auch abzuheben durch eine andere Philosophie im Gegensatz zu deinen Konkurrenten. Ja, es muss halt auch mal klar sein, es ist unmöglich, die Konkurrenz zu überholen, wenn du das machst, was die Konkurrenten machen. Ja. Also viele sagen ja, ja, bei mir, das funktioniert in der Region sehr gut, das machen sehr viele. Ja, dann wirst du aber niemals Marktführer, wenn du genau das machst, was sehr viele machen. Das geht halt gar nicht. Und das ist auch so ein, meinst du, das man erst mal verstehen muss, solange du jemandem hinterherläufst, wirst du halt niemals anführen. Ja, derjenige, der sozusagen nur nachmacht und kopiert, der wird niemals Marktführer werden. Exakt, das kann er gar nicht. Ja, und letzten Endes, dann geht es natürlich im letzten Aspekt beim Thema, wie ist der eigene Betrieb strukturiert, bin ich das Mädchen für alles. Da geht es natürlich darum, selber Prozesse und Systeme zu schaffen, dass du dein Unternehmen mal in eine Form gießt und alle Prozesse auch wirklich geklärt sind. Ja, wie läuft eigentlich das ab, wie schreiben wir unsere Angebote, was machen wir in diesen Sonderfällen, was passiert bei einer Reklamation und so weiter. Ja, und werden halt die Standards auch eingehalten, wenn du mal nicht da bist. Darum geht es ja auch irgendwo. Das ist auch, was du meintest, mit diesen Qualitätsgedanken, die beste Firma in der Region zu sein, nicht nur die größte, sondern auch die beste Firma. Und das kann man natürlich relativ einfach messen über die Stornoquote, über die Reklamationsquote, das ist klar. Aber wie kann man die möglichst niedrig halten? Langfristig gesehen, nur indem du wirklich Standards schaffst, du sagst, es wird immer so und so und so, läuft es halt immer ab und da wird auch noch nicht von abgewichen. Und das ist ein Punkt, der auch bei vielen Firmen einfach fehlt. Da wird es halt so gemacht, wie es irgendwie immer gemacht wurde, was ja auch okay ist, aber es gibt keinen wirklichen Standard dafür, der schriftlich niedergeschrieben ist. Ja. Ja, zum Beispiel sowas wie, wie schnell wird reagiert auf Kundenbeschwerden oder wie schnell wird reagiert auf Interessenten. Dafür gibt es, also hier bei uns im Betrieb haben wir dafür Kennzahlen, die fest vorgegeben sind. Auch bei Partnerbetrieben ist das so, dass da eben Kennzahlen vorgegeben werden. Und das ist, finde ich auch, ich habe da mal eine Story gehört. Ich glaube, bei Wirt war das. Wirt ist ja großer Schraubenhersteller und auch diverses, oder nicht Hersteller, sondern Händler. Händler. Also Händler ist ja kein selber, kein Hersteller, aber kennt ja jeder. Und bei denen ist das auch so, da darf das Telefon maximal dreimal schellen, so sagen die. Das Telefon darf maximal dreimal klingeln. Und ja, wenn das mehr häufiger klingelt, wenn die Kunden länger warten müssen, dann ist das eben schon negativ. Und ja, das ist jetzt natürlich schon mal sehr detailliert, sehr extrem. Also das ist, das möchte ich mal sehen, dass das jemand im Handwerksbetrieb so gut umgesetzt bekommt. Das ist, ab einem gewissen Level kann man das, denke ich, hinbekommen, dass man solche Kennzahlen dann auch einführt. Aber ja, wie gesagt, es geht eben darum, wenn wir jetzt nochmal konkret darüber reden, die Konkurrenz zu überholen. Erstmal muss man sich fragen, warum möchte man das eigentlich? In welchen Bereichen möchte ich da die Konkurrenz überholen? Ist das die Anzahl der Kunden? Ist das der Umsatz? Ist das die Qualität? Sind das die Mitarbeiter? Sind das die internen Strukturen? Und ja, über die verschiedenen Maßnahmen kann man dann eben die Konkurrenz in den Bereichen überholen. Ja, man sollte dann mal versuchen, möglichst von innen nach außen zu denken, weil wenn man innen das löst, wird es von außen automatisch besser. Einfaches Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte die meisten Kunden haben, das ist mein Ziel. Jetzt mache ich auf Krampf, alles um die meisten Kunden zu bekommen, werden andere Bereiche bei mir zwangsläufig leiden, dann wird die Qualität leiden. Wenn ich nur das als Ziel habe, dann wird es wahrscheinlich auch leiden, dass die Mitarbeiter überlastet sind, dann werden auch die internen Strukturen nicht besser werden. Das heißt, was gesünder ist, ist tatsächlich zu sagen, okay, ich möchte meine internen Strukturen so aufstellen, dass ich halt der Beste bin. Und dann werden automatisch die anderen Sachen passieren, weil die Kunden werden schneller abgearbeitet, professioneller abgearbeitet, da melden sich mehr Leute, die Mitarbeiter sind zufrieden, welche glücklicher. Da muss man überlegen, was halt davon wirklich sinnvoll ist. Ja, das ist ja auch ein Prozess. Dein Unternehmen würde ja auch schon diese Anzahl von Kunden machen oder diese Mitarbeiter schon anziehen, wenn es so attraktiv wäre. Also erstmal musst du die Basis dafür schaffen, dass es da reinwachsen kann und dann wächst es auch von alleine da rein. Wenn es das schon könnte, dann wärst du schon an diesem Punkt. Das finde ich auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, das ist eben sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass man sein Unternehmen in erster Linie von innen heraus stärken sollte, dafür die Strukturen schaffen soll, weil es bringt auch nichts, wenn man mit Kundenanfragen zu, also überschüttet wird quasi und aber die internen Strukturen noch gar nicht dafür passen. Genau, genau. Also es ist wahrscheinlich sinnvoll zu sagen, also man schafft die Strukturen gleichzeitig, während man die anderen Sachen auch anschiebt. Also wenn es zum Beispiel so, wenn jemand bei uns Partner wird, kriegt der neben denen, dass er natürlich Kunden oder Mitarbeiter bekommt, je nachdem immer noch die Strukturen mit, die auch helfen, das nachhaltig aufzuhalten, und dass ich trotzdem auch mit mehr Kunden die gleiche Qualität gewährleisten kann. Ja. Also funktioniert es einfach langfristig nicht. Wir führen ja auch zum Beispiel Live-Calls mit unseren Partnerbetrieben. Einmal in der Woche sind, also mehrere Live-Calls, also zwei Live-Calls jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, einmal im Bereich Vertrieb und dann einmal im Bereich interne Strukturen, wie man eben da sein Unternehmen in eine Form gießt und das Ganze noch ein bisschen besser strukturieren kann. Und in diesen Live-Calls, da werden dann natürlich auch viele Themen durchgesprochen, wie man eben dazu in der Lage ist, seine Prozesse noch besser aufzustellen, dass man eben noch besser sein Unternehmen von innen heraus dann stärkt. Jo, das also zu dem Thema Konkurrenz überholen. Ich denke, da waren einige spannende Aspekte für euch dabei oder für dich dabei. Wenn das ganz interessant für dich war, dann lass gerne ein Like da, lass gerne ein Abo da auch und dann bekommst du immer mit, wenn es neue Folgen gibt. Ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag und dann sehen wir uns und hören uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße und bis dann. Ciao. Bis dann.